und damit willkommen zurück in diesem wüsten durcheinander und du darfst dich jetzt einmal geehrt fühlen und sich zum sprengmeister ausbilden lassen dass vielleicht hier irgendjemand mal auf die tolle idee kommt seinen job zu tun und diese mission zu erfüllen vielleicht eventuell ich weiß ja nicht aha sehr schön schon gar nicht mehr damit gerechnet und du willst jetzt auch sprengmeister werden ja dann zeigt mir was ihr könnt arbeitet euch hier mal durch ich habe nicht schon ganz tag zeit die die folge ist zwar noch jung aber der ist ja schon der ist ja schon klinisch tot naja schauen wir mal wie er sich selbst in die luft jagt ja wie vermutet aber da hat man auch das zögern gesehen er ist immer wieder kurz stehen geblieben und hat sich überlegt man könnte doch vielleicht jetzt und ne ich habe das schaufeln ja schon verboten aber er ist einfach zu langsam gewesen wegen der ausdauer deswegen ist es an sich auch immer relativ ratsam die rock raiders ein bisschen ja gut das sollten wir jetzt dann damit geschafft haben weil die energie kristall hat mir vorhin auch schon ja da hat man wieder sehr gut gesehen in welchem moralischen zwiespalt die rock raiders sich manchmal befinden mit ihren aufgaben aber das macht ja nichts du hast einen sprengmeister ausgebildet bis in die sichere höhle vor gedrungen und hast alle 15 energie kristalle eingesammelt saubere arbeit auftrag erfüllt und was spricht der missions log 100 prozent wow das ging ja das ging ja echt bin ich erstaunt und nach der ganzen hitzigen magma geschichte können wir uns jetzt mit dem wasser ein bisschen abkühlen ich hoffe du hast nichts gegen wasser rock raider ein unterirdischer fluss ist über die ufer getreten und verwüstet unser rock raider headquarters das letzte was inzwischen noch steht sind die docks es gibt immer noch ein paar wertvolle energie kristalle einzusammeln und wir müssen den abbau unter allen umständen fortsetzen baue eine neue basis am anderen ufer des flusses auf und schaffe die ausrüstung hinüber um das rock raider headquarters dort wieder zu errichten sobald der stützpunkt einsatzbereit ist sammeln 15 energie kristalle ok der schaut hier nach ein bisschen unwegsamen gelände aus aber ich glaube das wasser kann sich gar nicht aus äh breitet sich gar nicht aus das ist an sich nicht verkehrt also schauen wir uns die gegend mal an also hier ist ein bisschen unwegsames gelände ja hier sind die docks und ähm da war mal die basis aber ich glaube das wasser breitet sich gar nicht so aus wie es die magma tut was doch auch schon mal eine nette perspektive ist denn das kann das bringt mich ein bisschen in stress es ist zwar produktiver stress aber es ist und bleibt stress also diese mission heißt wieder 15 energie kristalle sammeln das sollte aber an sich eigentlich auch kein problem werden finde ich auch schön wie der wie der sound vom bohren einfach mal nicht so lange anhält um einen flötzweck zu bohren deswegen bohren sie dann einfach ohne geräusch weiter wenn ich jetzt in dem menü aus dem menü raus geht dann ist der ton wieder da aber der hört einfach irgendwann auf aber das sind halt diese voreingespeicherten sounds und dass der nicht in dauerschleife abläuft ach es ist wieder eine mission mit Luftvorrat wir haben schon um eine stufe erhöht das heißt wir bräuchten mal sowas wie eine teleport plattform Tempo geht gleich wieder mal ein bisschen rauf einfach nur weil wir es können dass ich noch mehr unter stress gerate ne aber es ist es ist echt also wenn man wenn man halt gemütlichere Sachen gemütlichere Strategiespiele gewöhnt ist und so bei dem man nicht so in unmittelbarem Zeitstress ist also bei dem halt der ganze Bau und alles nochmal ein bisschen dauert das kann man kann man da doch dann ganz schön ins Schwitzen kommen wenn man dann wieder damit konfrontiert wird und grad wenn die anderen auch nochmal ein bisschen routinierter in der Geschichte sind dann schaut man ein bisschen alt aus also am Anfang hat es noch ganz gut funktioniert aber nachdem sich die anderen ein bisschen eingespielt haben das ist irgendwo ganz weit abgeschlagen also da aber mir fehlt da momentan eigentlich auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Motivation mich da wieder reinzuarbeiten um zu sagen ja also Lust also Spaß macht es auf jeden Fall also das das muss man schon sagen aber so viel Zeit möchte ich dann da auch nicht reinstecken als dass ich da hier dann wieder irgendwelche Meisterschaften mitspielen könnte dein Luftvorrat geht zu Ende das haben wir schon mitbekommen aber danke für die Information uh noch eine neue Höhle dann könnten wir da doch mal schön unser Kraftwerk irgendwo hinstellen ich glaube wenn ich hier eine Stromverbindung baue und ach schön es gibt hier auch wieder Erdrutsche hm hm ich bin bei dem Geräusch von Sprengungen erwarte ich schon immer gleich dass ich das äh Geräusch von Teleportern direkt hinterher höre das ist noch irgendwie so drin das ist noch irgendwie so drin wie gesagt ich zweifle ja gar nicht an den Kompetenzen von äh von den Rock Raiders aber das Prioritätensystem von denen sorgt schon mal für nette Erheiterungen aber das Thema latsch ich ja auch schon seit einer gewissen Weile breit so dann sind wir doch schon mal gut dabei um ein Kraftwerk hinzustellen die Rohstoffe haben wir auch alle da ja das meine ich genau das meine ich soll ich jetzt wegrennen soll ich jetzt schaufeln soll ich jetzt wegrennen oh ich bleib einfach stehen und warte bis mir die Entscheidung irgendjemand abnimmt und das dauert im Normalfall nicht sehr lange ja ich weiß dass der Luftvorrat langsam zu Ende geht aber das ist nicht schlimm das wird sich bald ändern ja dann kommen wir vielleicht die Mission dazu ein paar Fahrzeuge zu bauen oder äh zumindest ein Transporter der ganz praktisch ist um Rohstoffe voranzubringen sooo aufwerten und dann stellen wir hier doch gleich mal wie als wenn es dafür gemacht wäre eine Versorgungsstation hin also Rohstoffe haben wir auch genügend da und also der Zeitdruck äh Zeitdruck genau der Zeitdruck am Anfang ist eine schöne Geschichte aber es ist jetzt halt auch nicht unmöglich ich weiß nicht ob sich das später noch ändert aber das werden wir spätestens sehen wenn es soweit ist aber nachdem hier jetzt ja niemand seine andere Basis aufbaut und uns versucht mit militärischer Macht einfach mal platt zu kriegen ist das dann doch noch ein spannteres Spiel obwohl das auch seine ja man 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 muss man muss schon ein bisschen Tempo am Tag legen so ist das auch wieder nicht so jetzt brauche ich hier einfach mal einen kleinen Transporter einfach nur weil ich das Ding so gern mag dann kann hier gleich mal jemand einsteigen und dann machen wir hier weg was geht wir schauen erstmal ah hier müssen wir wieder sprengen das mach ich erstmal nicht ja der bringt der bringt das die Rohstoffe schön äh schön schnell an Ort und Stelle und Energiekristallflöts auch sehr schön ich glaub der kann gar keine äh Erdrutsche verursachen der Energiekristallflöts wir schauen mal was hier rohstofftechnisch alles drin ist die müssen wir wieder sprengen das heißt erstmal die Wand absichern altes Spiel wir schon auf Nummer sicher spielen das schadet ja auch nicht und der kann glaube ich zwei oder drei 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 Erzklumpen kann er gleichzeitig also drei Rohstoffe sei es Energiekristall sei es Erzklumpen kann er gleichzeitig transportieren und man kann ihn glaube ich in der Aufrüstungswerkstatt auch noch verbessern das können wir doch einfach mal rausfinden indem wir hier eine Aufrüstungswerkstatt bauen oh wir haben keine Energiekristalle mehr aber das sollte sich gleich ändern wir haben ja einen Energiekristallflöts und einfach mal sprengen weil es so schön ist Sprengen kann also ein kleiner Transporter kann leider keine Dynamit transportieren so jetzt haben wir auch wieder genügend Energie sehr schön da muss schon ein normaler Rock Raider ran und der kann auch wie man in der vorletzten Folge gesehen hat mit dem Chrome Crusher Power Bohrer kann man auch nicht kann er sich auch nicht selber verteidigen was auch ein bisschen schade ist aber es gehört halt einfach dazu und alles da das ist glaube ich ein Problem was ab und zu mal entsteht wenn wir wenn man einen kleinen Transporter zum Bau verwendet dass der irgendwas dahin bringt irgendwas zu viel dahin bringt jetzt und wenn zu viel wenn zu viel da steht dann dann kann das Gebäude auch nicht gebaut werden und wir verbessern jetzt einfach mal deine Geschwindigkeit das ist auch schön dass man das wird man sehen ja der hat jetzt so lustige Turbinen an der Seite dran da kann man auch schon sehen dass der dadurch schneller wurde dann die Ladekapazität können wir auch noch erhöhen wir haben es ja jetzt hat er eine zweite Ladefläche und weil wir das Geld auch haben das geht wird alles über Erz gezahlt noch ein Geologie Aufsatz und kommen wir da rüber bauen wir uns einfach mal durch jetzt haben wir einen kleinen Super Transporter und sprengen wollen sie schon wieder nicht ich mache irgendwas verkehrt entweder mache ich was verkehrt oder richtig ich weiß es nicht ach hier kommen wir gar nicht mehr weiter wir müssen rüber ok dann wir könnten jetzt halt entweder einen Dock bauen ja bauen wir einen Dock bauen wir einen Dock ich habe jetzt Lust drauf einen Dock zu bauen auch wenn wir unter Umständen eigentlich wäre es sinnvoller bei den begrenzten bei den begrenzten Energiekristallen wäre es eigentlich sinnvoller einen Tunnel Scout zu bauen weil der auch übers Wasser kommt und da brauchen wir glaube ich eine Versorgungsstation Stufe 1 oder Stufe 2 ach wir brauchen eine Teleport Plattform Stufe 2 so dann holen wir uns einfach mal einen Tunnel Scout und schalten dafür die Versorgungsstation ab äh die nicht Versorgungsstation hier äh Verbesserungswerkstatt kann Fahrer nicht holen und wieso kannst du keinen Fahrer holen wieso denn nicht könnt ihr euch nicht zum Piloten ausbilden lassen Ausbildung zum Piloten nicht möglich ah die das funktioniert nicht weil die Teleport Plattform dafür an sein muss das heißt wir schalten dich mal kurz aus dich dafür an wer hat dir erlaubt wieder an zu sein wenn jetzt willst du mich jetzt verarschen und gehst aus Versorgungsstation und du dafür an und dann lässt du dich zum Piloten ausbilden und dann schalten wir dich wieder aus und dich dafür wieder an so jetzt kriegen wir wieder Luft holen uns einen neuen äh holen uns den Piloten und wieso wollt ihr nicht sprengen? was ist denn mit euch kaputt? ihr seid doch sonst immer so sprenggeil es gibt sonst nichts zu tun naja dann bewegst du dich mal hier rüber und hier rüber dann darfst du mal aussteigen und anfangen hier weg zu schaufeln magst du nicht? oder kannst du nicht? magst du nicht? geht doch manchmal muss man sie halt erst zu ihrem Glück zwingen aber dass hier immer noch niemand sprengen mag mag vielleicht jetzt jemand sprengen? fühlt sich niemand berufen hier was in die Luft zu jagen unglaublich muss man sich schon zwingen dass sie irgendwas sprengen und dann schaufelst du hier weg und sprengt da jetzt jemand natürlich immer noch nicht warum denn auch? sprengen ist doch viel zu über ich geb's auf ich geb's auf dann gehst du mal hier hin und dann stellen wir hier mal locker flockig nichts hin ernsthaft naja dann wow ich hab schon gar nicht mehr damit gerechnet dass das irgendwann mal passieren wird weh du schnappst dir jetzt seit den Erzbrocken du hast hier ne Arbeit zu erledigen erde ein Energiekristall wurde gefunden ein Energiekristall wurde gefunden erde brauche ich weiter vor erde eine neue Höhle wurde entdeckt hu und wie groß ist die Höhle ja leck mich du dies ja es gab einen Erdrutsch naja dann würde ich mal sagen was wir hier in der Höhle so finden das werden wir in der nächsten Folge sehen ich hoffe ihr hattet halbwegs euren Spaß und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und Ciao! 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 So! Boah! So!